Glaubst du an die Existenz von Zeitreisen? Oder bist du der Meinung, dass es unmöglich ist, durch die Zeit zu reisen? Wenn du denkst, dass Zeitreisen reine Fantasie sind, dann wirst du deine Meinung nach diesem Video ändern. Wir haben lange recherchiert und möchten euch nun fünf faszinierende, unglaubliche Fälle von Zeitreisen präsentieren, die euch sprachlos machen werden. Also mach es dir am besten gemütlich und hol dir etwas Leckeres zum Snacken. Platz 5 – Das mysteriöse Verschwinden des Zuges von 1911 Der folgende Vorfall soll sich tatsächlich ereignet haben und ist eines der mysteriösesten Vorkommnisse in der Geschichte, das mit Zeitreisen in Verbindung gebracht wird. Am 14. Juli 1911 startete der Zanetti-Zug mit 106 wohlhabenden Touristen an Bord von Rom aus zu einer Fahrt quer durch Italien. Die Reise verlief zunächst problemlos, bis der Zug den Lombarditunnel erreichte und darin spurlos verschwand. Der Zug fuhr in den 500 Meter langen Tunnel hinein, kam jedoch nie wieder auf der anderen Seite heraus. Trotz intensiver Suche durch Rettungskräfte fand man keine Spuren des Zuges oder der Fahrgäste. Ein Fahrgast, der vom Zug gesprungen war, berichtete, dass der Zug ganz normal in Richtung des Tunnels fuhr, aber als sie sich dem Eingang näherten, füllte sich der Zug mit einem seltsamen weißen Nebel. In einem Moment der Panik sprang er aus dem Zug und verlor daraufhin für kurze Zeit das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, war der Zug verschwunden und tauchte nie auf der anderen Seite des Tunnels auf. Die vielen Untersuchungen ergaben weder Hinweise auf den Verbleib des Zuges noch auf die Menschen in dem Zug oder irgendwelche Unfallspuren. Der Tunnel selbst wurde später während des Zweiten Weltkriegs durch Bomben zerstört. Dieser rätselhafte Fall ist bis heute ungelöst und Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Manche Menschen glauben, dass sich im Tunnel eine Art Zeitportal befand und sich im Moment, als der Zug hineinfuhr, öffnete, wodurch der Zug samt den Fahrgästen in eine andere Dimension oder Zeit befördert wurde. Doch nun kommen wir zum mysteriösesten Teil dieser Geschichte. Ein paar Jahre später fanden die italienischen Behörden in historischen Aufzeichnungen heraus, dass etwa 100 verwirrte und komplett desorientierte Italiener plötzlich und auf unerklärliche Weise im Jahr 1845 in Mexiko-Stadt auftauchten. Diese in Mexiko aufgetauchten Italiener behaupteten, sie wären mit einem Zug gekommen, der am 14. Juli 1911 vom Bahnhof in Rom gestartet sei. Das würde bedeuten, dass die Passagiere des Zuges von 1911 um ganze 66 Jahre in die Vergangenheit ins Jahr 1845 gereist sind. Diese Italiener wurden von den Mexikanern für verrückt erklärt und in psychiatrischen Akten sind Gespräche dokumentiert, in denen sie behaupteten, aus dem Jahr 1911 zu stammen. Doch nun wird dieser Fall noch mysteriöser. Denn laut den Akten von 1845 soll ein Fahrgast eine Schnupftabakdose dabei gehabt haben, auf der klar und deutlich zu lesen war, dass sie im Jahr 1907 hergestellt wurde. Diese Schnupftabakdose wird immer noch in Mexiko aufbewahrt und von manchen als Beweis dafür angesehen, dass diese Geschichte echt ist und die Fahrgäste tatsächlich aufgrund einer Zeitanomalie im Lombarditunnel in die Vergangenheit gereist sind. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank! Platz 4 – Das Dimensionstor im Bermuda-Dreieck Das Bermuda-Dreieck ist eine berüchtigte Region im westlichen Teil des Nordatlantiks. Die Ecken des Bermuda-Dreiecks werden durch Miami, Bermuda und Puerto Rico gebildet. Das Gebiet ist berühmt für seine zahlreichen unerklärlichen Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen. Schätzungen zufolge sind im Laufe der Jahre über 50 Schiffe und 20 Flugzeuge unter mysteriösen Umständen in dieser Region spurlos verschwunden. Ein besonders bekannter Fall ist der von Flight 19. Am 5. Dezember 1945 starteten fünf Torpedobomber der US Navy von Fort Lauderdale, Florida, zu einem Übungsflug. Kurz nach dem Start gerieten sie offenbar in Orientierungsprobleme. Der Anführer der Gruppe meldete, dass seine Kompassinstrumente nicht funktionierten. Die letzte Funkverbindung deutete darauf hin, dass sie sich über dem Meer verirrt hatten. Trotz intensiver Suchaktionen wurden weder die Flugzeuge noch die Überreste der Besatzung jemals gefunden. Rund um das Bermuda-Dreieck gibt es zahlreiche Theorien, die das Verschwinden der Schiffe und Flugzeuge zu erklären versuchen. Es wird angenommen, dass in der Region des Bermuda-Dreiecks ungewöhnliche magnetische Anomalien existieren, die die Navigationsinstrumente stören könnten. Andere glauben, dass in dieser Gegend das legendäre Reich von Atlantis am Meeresgrund liegt und dass die Technologien dieser untergegangenen, hochentwickelten Zivilisation diese Anomalien verursachen, die Schiffe und Flugzeuge verschwinden lassen. Manche Forscher haben auch auf eine erhöhte Aktivität von UFOs im Bereich des Bermuda-Dreiecks hingewiesen. Sie gehen davon aus, dass am Meeresboden des Bermuda-Dreiecks eine geheime Alien-Basis existiert. Das unerklärliche Verschwinden von Flugzeugen und Schiffen könnte demnach ein Experiment dieser außerirdischen Wesen sein. Doch die interessanteste unter den vielen Theorien besagt, dass das Bermuda-Dreieck ein Portal oder ein Dimensionstor zu Parallelwelten sein könnte. Laut dieser Vorstellung könnte es im Bermuda-Dreieck zu räumlichen und zeitlichen Anomalien kommen, die dazu führen, dass Schiffe und Flugzeuge, die das Gebiet durchqueren, versehentlich in eine andere Dimension verschoben werden. Es gibt ein paar erstaunliche Berichte über ungewöhnliche Phänomene, die von Überlebenden und Zeugen in der Region beobachtet wurden. Dazu gehören plötzliche Nebel, unerklärliche Lichter am Himmel, das kurzfristige Verschwinden der Umgebung in Dunkelheit und die völlige Fehlfunktion von Navigationsinstrumenten. Obwohl viele dieser Theorien sehr faszinierend sind, bleibt die wahre Ursache für die zahlreichen Verschwinden im Bermuda-Dreieck bis heute ungeklärt und weiterhin Gegenstand von Spekulationen und Forschung. Platz 3 – Der Graf von Saint-Germain Der Graf von Saint-Germain ist eine der faszinierendsten und geheimnisvollsten Figuren der europäischen Geschichte. Bekannt für seine angebliche Unsterblichkeit und die Vielfalt seiner Talente, umgibt ihn bis heute eine Aura des Mysteriösen. Der Graf von Saint-Germain tauchte das erste Mal in den 1740er Jahren in den europäischen Hochadelskreisen auf und wurde schnell bekannt durch seine beeindruckenden musikalischen, künstlerischen und alchemistischen Fähigkeiten. Seine Herkunft und sein wahres Alter blieben stets unbekannt und er behauptete, das Elixier für ewige Jugend gefunden zu haben. Saint-Germain wurde oft als der Wundermann bezeichnet, weil er viele Sprachen sprach und über ein umfangreiches Wissen in Wissenschaft, Philosophie und Geschichte verfügte, das weit über das seiner Zeitgenossen hinausging. Berichten zufolge konnte er detailliert Ereignisse beschreiben, die lange vor seiner Zeit stattgefunden hatten, als wäre er selbst vor Ort gewesen. Zudem berichteten Zeitgenossen, dass er über Jahrzehnte hinweg unverändert jung aussah. Saint-Germains Tod wurde zwar mehrmals berichtet, doch nach jedem angeblichen Tod tauchte er plötzlich wieder auf, was zu Spekulationen führte, dass er nie wirklich starb. Das letzte bekannte Datum, das mit seinem Tod in Verbindung gebracht wird, ist das Jahr 1784, aber Berichte über Sichtungen nach diesem Datum führten zu weiteren Gerüchten über seine Unsterblichkeit. Er soll erstaunliche Kenntnisse über historische Ereignisse und Naturwissenschaften gehabt haben und machte oft Vorhersagen über die Zukunft, die sich als überraschend präzise herausstellten. Manche Historiker gehen davon aus, dass Saint-Germains ungewöhnliche Fähigkeiten und sein unveränderliches Auftreten auf Zeitreisen zurückzuführen sein könnten, Seine tiefen Kenntnisse, vergangene Ereignisse und seine detaillierten Vorhersagen der Zukunft sowie die Tatsache, dass er oft in verschiedenen Epochen gesehen wurde, ohne zu altern, legen nahe, dass er möglicherweise Zugang zu einer Technologie oder einem Wissen hatte, wodurch er nicht nur die Unsterblichkeit erlangte, sondern auch in der Lage war, durch die Zeit zu reisen. Bis heute ist unklar, woher er wirklich stammte, wer seine Eltern waren oder wie sein Leben vor seinem Auftauchen am Hofe von Ludwig XV. aussah. Wer weiß, vielleicht lebt er immer noch und erkundet weiterhin die Vergangenheit und Zukunft. Platz 2 Die Zeitmaschine von Dr. Ronald Mallet Dr. Ronald Mallet, ein berühmter Physiker, hat sich auf eine außergewöhnliche wissenschaftliche Reise begeben, die das Potenzial hat, unser Verständnis von Raum und Zeit für immer zu verändern. Sein Projekt, eine Zeitmaschine zu entwickeln, basiert hauptsächlich auf den Prinzipien von Albert Einsteins Relativitätstheorie. Der Antrieb für Mallets faszinierende Forschung ist persönlich und sehr tiefgründig. Er möchte nämlich die Möglichkeit schaffen, seinen verstorbenen Vater wiederzusehen, der starb, als Mallet noch sehr jung war. Um seinen Wunsch, in die Vergangenheit zu reisen, zu verwirklichen, hat Mallet ein Gerät entwickelt, das Laserstrahlen verwendet. Das Gerät nutzt die Idee, das Licht, wenn es in einer bestimmten Weise koordiniert und bewegt wird, ähnlich wie ein sich drehendes schwarzes Loch, die Raumzeit beeinflussen könnte. Es ist wie ein Mini-Experiment, das zeigt, dass Licht eine Veränderung in der Umgebung verursachen kann. Nach Albert Einsteins Theorien kann die Gravitation von großen Massen die Raumzeit krümmen. Mallets Experiment veranschaulicht, dass Licht, das in Kreisen bewegt wird, ähnliche Effekte haben könnte, wenn auch in viel kleinerem Maßstab. Die tatsächlichen Effekte dieses Experiments sind sehr klein und es ist noch ein langer Weg bis zu echten Zeitreisen. Aber es zeigt, dass Zeitreisen nicht unmöglich sind und es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir Menschen die Möglichkeit haben werden, durch die Zeit zu reisen. Manche Menschen sind sogar der Meinung, dass Dr. Ronald Mallet bereits eine voll funktionsfähige Zeitmaschine entwickelt hat, diese jedoch streng geheim gehalten wird. Wer weiß, vielleicht sind Zeitreisen schon längst möglich. Platz 1. Stonehenge. Stonehenge ist eine der bekanntesten und am meisten untersuchten prähistorischen Städten der Welt, gelegen in der englischen Grafschaft Wiltshire. Es besteht aus einer Gruppe massiver Steine, die in einem Kreis angeordnet sind und deren Errichtung auf etwa 3000 bis 2000 v. Chr. datiert wird. Stonehenge zieht aufgrund seiner Größe, seiner präzisen Ausrichtung mit den Sonnenwänden, und seiner mysteriösen Herkunft, sowohl Wissenschaftler als auch Touristen an. Die genaue Funktion von Stonehenge ist bis heute Gegenstand intensiver Forschung und Diskussion. Es wird allgemein angenommen, dass der Ort als Kultstätte oder religiöses Zentrum diente, möglicherweise auch als astronomischer Kalender. Über die Jahrhunderte haben sich zahlreiche Theorien und Legenden um Stonehenge gebildet. Einige glauben, dass es von Außerirdischen erbaut wurde und sogar übernatürliche Kräfte besitzt. Manche Forscher glauben, dass Stonehenge ein Portal oder Zugangspunkt zu anderen Dimensionen oder Realitäten ist. Diese Vorstellung wird durch die Berichte von plötzlich verschwundenen Menschen in der Nähe des Monuments verstärkt. Die Idee ist, dass Stonehenge aufgrund seiner einzigartigen geologischen und geomagnetischen Eigenschaften eine Art Tor zu anderen Welten sein könnte. Solche Spekulationen werden oft mit der Beobachtung unerklärlicher Phänomene in seiner Umgebung verbunden, wie ungewöhnliche Nebelbildung, plötzliche Wetteränderungen oder elektronische Störungen. Diese Erzählungen reichen von Personen, die spurlos verschwinden, während sie den Steinkreis besuchen, bis hin zu unerklärlichen Phänomenen, bei denen Menschen behaupten, durch Raum und Zeit transportiert worden zu sein. In manchen Geschichten wird behauptet, dass das Betreten bestimmter Teile von Stonehenge während der Sonnenwenden oder zu bestimmten astronomischen Ereignissen, wie zum Beispiel einer Sonnenfinsternis, das Risiko birgt, in eine andere Welt gezogen zu werden. Einige Experten glauben, dass die einzigartigen geologischen und geomagnetischen Eigenschaften von Stonehenge möglicherweise zu zeitweiligen Rissen in der Raumzeit führen könnten, durch die Menschen versehentlich in alternative Realitäten gelangen. Es gibt Beschreibungen von Besuchern, die über seltsame Erfahrungen wie Zeitverlust, Desorientierung oder das Gefühl berichten, eine übernatürliche Präsenz in der Nähe der Steine zu spüren. Trotz jahrhundertelanger Studien und Forschungen bleibt Stonehenge dennoch ein Ort voller Rätsel und Geheimnisse. Vielleicht ist Stonehenge sogar eine fortschrittliche Technologie, die wir Menschen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verstehen können. Nun aber freuen wir uns auf eure persönlichen Meinungen darüber. Glaubt ihr, dass Zeitreisen möglich sind? Oder seid ihr der Meinung, dass so etwas nicht machbar ist? Welchen Fall fandet ihr am faszinierendsten? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.